Ja, da geht es ums Gauda-Fest, das ist das größte Frühlings- und Trachtenfest Österreichs. Da besuchen wir uns immer am ersten Wochenende im Mai. Der erste Sonntag im Mai ist immer der Gauda-Sonntag und das schon seit über 500 Jahren. Ungefähr 30.000 Leute haben wir da über das Wochenende bei uns im Zell. Und da findet auch ein sehr, sehr großer Trachtenumzug statt mit fast 3.000 Beteiligten, mit Trachten aus dem kompletten Alpenraum und da sind natürlich auch entsprechend viele Zuseher da. Hat 2020 nicht stattgefunden? Corona-bedingt hat 2020 nicht stattgefunden. Ich hoffe, dass wir das Gauda-Fest, das bisher in dieser fast 600-jährigen Geschichte, 1428 wurde so ein Frühlings- und Trachtenmarkt das erste Mal erwähnt, keine zwei Hände voll nicht stattgefunden hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute und drücke den Daumen 2021. Wir kommen auch wieder, wir sind da. Im Gegenteil, gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020